Willkommen zurück. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Nazca-Linien in Peru. Diese riesigen geoglyphischen Muster in der Wüste haben Forscher und Archäologen seit ihrer Entdeckung vor Jahrhunderten vor ein Rätsel gestellt. Die Nazca-Linien sind eine Sammlung von riesigen Bodenzeichnungen, die sich in der Nazca-Wüste Perus erstrecken. Diese geheimnisvollen Muster, die oft Tiere, geometrische Formen und sogar humanoiden Figuren darstellen, wurden zwischen 500 vor Christus und 500 nach Christus geschaffen. Die Vielfalt der Nazca-Linien ist beeindruckend. Von gigantischen Spinnen, Affen und Kolibris bis zu präzisen geometrischen Figuren. Diese riesigen Bodenzeichnungen bedecken Hunderte von Quadratkilometern und sind oft nur aus der Luft vollständig erkennbar. Archäologen haben im Laufe der Jahre verschiedene Theorien darüber aufgestellt, warum die Nazca-Kultur diese Linien geschaffen haben könnte. Einige glauben, dass sie religiöse Bedeutungen hatten, während andere sie als astronomische Kalender oder Landebahnen für außerirdische Besucher interpretieren. Was die Nazca-Linien besonders faszinierend macht, ist die Präzision ihrer Konstruktion. Diese Muster wurden ohne moderne Technologien und nur mit einfachen Werkzeugen geschaffen. Die Frage, wie die Nazca-Kultur diese enormen Kunstwerke so präzise gestalten konnte, bleibt ein Rätsel. Die Nazca-Linien sind oft nur aus der Luft vollständig sichtbar. Dies führt zu weiteren Fragen. Wie konnten die Menschen der Nazca-Kultur die Muster so genau planen, wenn sie sie nicht aus der Vogelperspektive sehen konnten? Einige Forscher spekulieren über fortschrittliche Technologien oder spirituelle Praktiken. Tauchen wir ein in eine der kontroversesten Theorien rund um die Nazca-Linien in Peru. Einige spekulative Köpfe behaupten, dass diese antiken Bodenzeichnungen von außerirdischen Wesen geschaffen wurden. Lassen Sie uns genauer betrachten, was hinter dieser faszinierenden Alien-Theorie steckt. Die Alien-Theorie besagt, dass die Nazca-Linien zu komplex und präzise sind, um von Menschenhand geschaffen worden zu sein. Einige Befürworter dieser Theorie glauben, dass nur fortschrittliche Außerirdische mit Technologien, die den Menschen weit überlegen sind, in der Lage gewesen sein könnten, solche riesigen Muster zu gestalten. Einige Befürworter der Alien-Theorie behaupten, dass die Muster der Nazca-Linien Ähnlichkeiten mit extraterrestrischer Kunst oder Symbolik aufweisen. Die Interpretation dieser Muster als Landebahnen oder Botschaften für Außerirdische ist ein zentraler Aspekt dieser kontroversen Hypothese. Die Alien-Theorie der Nazca-Linien ist äußerst kontrovers und wird von vielen Wissenschaftlern und Archäologen vehement abgelehnt. Kritiker betonen, dass es viele dokumentierte Beweise für die Schaffung dieser Muster durch die Nazca-Kultur gibt und dass die Annahme außerirdischer Einflüsse unnötig kompliziert ist. Die Erhaltung der Nazca-Linien ist eine Herausforderung. Menschliche Aktivitäten, Umweltfaktoren und der Klimawandel bedrohen diese einzigartigen Zeugnisse der Vergangenheit. Bemühungen zur Erhaltung und wissenschaftlichen Erforschung sind daher von entscheidender Bedeutung. Die Nazca-Linien bleiben ein faszinierendes Rätsel der Antike. Wenn euch diese Reise in die Welt der Nazca-Linien gefallen hat, abonniert meinen Kanal für weitere aufregende Erkundungen der Vergangenheit.